Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einem Infovideo für den Supertest. Es gibt weitere Änderungen, die dort hinzugefügt werden und jetzt getestet werden, bevor wir sie später irgendwann auf dem Live-Surfer sehen werden. Vorab auch wieder direkt der Hinweis, das Ganze ist Supertest, kann sich alles nochmal ändern. Was wollen wir uns heute anschauen? Es werden drei Maps an bestimmten Stellen überarbeitet. Diese Änderungen werden wir uns einmal in Textform und dann auch nochmal in Bildform ansehen. Das betrifft Prokurowka, es betrifft Klippe und es betrifft Ruinenberg. Außerdem gibt es zwei neue Panzer im Supertest. Einmal das Objekt 780 und die Lorraine 50 Tonner, von der man vielleicht in den letzten Tagen schon mal was gehört hat. Fangen wir direkt an mit den Kartenüberarbeitungen und auch direkt mit Prokurowka. Diesmal wieder englische Texte und auch nicht zu allen Punkten, die ich hier habe. Zum Beispiel bei Prokurowka habe ich auch Bilder. Trotzdem schauen wir uns die Überarbeitungen einfach mal an. The Hill was reworked because of a strong imbalance in favor of the lower base team on this front. Also das südliche Team hat einen Vorteil am Hügel. Das haben wir auch letztens in einem Replay gesehen, wo ich Horst in seinem Prochetto gezeigt habe. Der hat nämlich genau das gemacht, worum es hier gerade geht. There was an ability to easily spot the team pushing the hill and shoot at players from the center of the map. Consequently, the following changes were made. Punkt 1 A depression in the ground was added so that the upper base team can take cover from fire from the center of the map. Das ist relativ klar. Das können wir uns auch gleich angucken. Das ist nämlich diese Stelle. So sieht die Stelle aktuell aus. Das heißt, hier ist eine große Delle drin und aus der Mitte kann man hier wunderbar beschossen werden, wenn man hier hinten steht. Das kennt jeder, der dort schon mal gekämpft hat. So sieht die ganze Stelle jetzt nach der Überarbeitung aus. Es ist also hier ein leichter Hügel geschaffen. Ich vermute mal, man kann die Gegner immer noch sehen. Man kann sie vermutlich auch immer noch treffen. Aber im besten Fall trifft man vielleicht nur den Turm, der in vielen Fällen etwas härter ist. Und damit steht man hier hinten etwas sicherer. Punkt 2 A safe place was added that allows players to shoot the center of the map if you are not spotted. Das ist Punkt 2 und das sehen wir hier. So sieht die Stelle vorher aus. Relativ wenig Büsche und auch eine große Lücke, sage ich mal, aus der man von der Mitte aus beschossen werden konnte. Jetzt die Stelle überarbeitet. Ihr seht hier ist deutlich mehr Berg vorhanden und auch Büsche. Also man hat einmal eine harte Deckung und man hat auch Büsche, über die man arbeiten kann, wenn man einen halbwegs brauchbaren Tarnwert hat. Zu Punkt 3, der hier genannt ist, habe ich keine Bilder. Ob die vergessen wurden hinzuzufügen, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht so eine richtige Ahnung, was damit gemeint ist. Aber es soll wohl, ich vermute mal, ich interpretiere das jetzt daraus, auch eine Veränderung sein, was es dem nördlichen Team etwas einfacher auf Prokhorovka macht, dort am Berg zu kämpfen. Punkt 4, during attacks of the upper base team at the hill, if the enemy is spotted in the bushes, their time to retreat was increased, thanks to changes to the terrain in the specific area, which should positively affect the support of the upper base team from the center of the map. Also nochmal langsam. Während der Attacke des nördlichen Teams, wenn der Gegner gespottet war, wurde quasi die Zeit erhöht, die sie brauchen, um sich zurückzuziehen durch Änderungen am Terrain. Also keine Ahnung, noch eine Bodenwelle hinzugefügt in der spezifischen Area, also in dieser Region oder in dieser Zone. Was dazu führen soll oder positiv dazu beitragen soll, dass der Support aus der Mitte halt für dieses Team aus dem Norden besser ist. Das schauen wir uns dann hier in den Punkten 4 an. Wir haben hier einmal eine Übersicht, wo das quasi gemeint ist. Also es ist quasi dieser Bereich gemeint, dass man sich ja wo schwerer zurückziehen soll. Wir gucken uns mal 4.1 an, so sieht der Bereich jetzt aktuell aus und so sieht der Bereich danach aus. Das könnte auch mit Punkt 3 korrelieren, weil in Punkt 3 steht ja, die Büsche wurden reduziert und gedreht, sodass es unmöglich ist, den Gegner zu spot the enemy team von there, while they are in their safe spot. Now active scouting is needed. Bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sehen wir, hier oben wurde es jetzt schwerer gemacht, für das Team, was hierhin kommt, quasi hier zu stehen, weil hier die Buschreihe verändert wurde. 4.2 sieht aktuell so aus. Also hier ist eine Bodensenke, die kennen wir ja. Und so sieht das Ganze aus nach der Überarbeitung. Ihr seht also, es wurde hier diese Senke quasi ein bisschen zurückverlagert und das macht es halt dem Team, was hier angreift, ein bisschen schwerer, erst mal ranzukommen und dann sich auch wieder zurückzuziehen, weil man hier nicht direkt wieder in so eine Senke reinfahren kann. Der Bereich 4 nochmal vorher, das ist ja im Prinzip Punkt 1 und 2 und hier nochmal nach der Überarbeitung. Also ihr seht auch das, was wir in Punkt 1 und 2 gesehen haben. Hier der Bereich wurde deutlich angepasst und wir sehen auch hier wird ein bisschen gefühlt, zumindest das Ganze ein bisschen abgesenkt. Auf jeden Fall hat man hier jetzt eine deutlich bessere Deckung durch Schüsse aus der Mitte. Minimap nochmal der ganze Bereich markiert. Es handelt sich also um den Bereich hier. Hier sehen wir auch nochmal die Changes, also quasi was der Grund dafür ist oder wie man jetzt so in die Mitte wirken kann. Rework Recents, also im Prinzip nochmal die Beschreibung, nochmal das Ganze im Groß gezeigt. So sieht es vorher aus, also so ist der Status aktuell und so sieht es jetzt aus. Also wir sehen halt einmal der Bereich, hier wurden die Büsche hinzugefügt, hier. Dann haben wir den Bereich hier, hier dieser Buschreihe. Die wurde entfernt, seht ihr das? Und dann hier oben dieser Bereich, der halt es schwerer macht sich zurückzuziehen. Und der auch nicht mehr so viel Deckung bietet, wenn man das richtig sieht. Hier hat man jetzt so eine schöne Kuhle drinne. Und hier ist das jetzt deutlich erhöht, also man kann sich erst hier hinten wieder zurückziehen. Das macht es natürlich deutlich einfacher, für das nördliche Team hier dann reinzuwirken. Okay. Hier haben wir die Bereiche auch nochmal markiert. Also die Bereiche hier. Hier ist die drei jetzt markiert. Das sind also diese Büsche. Gucken wir uns nochmal an. Ja, das ist also vorher. Das ist hinterher. Also wir sehen, ja, die Büsche, das hängt mit den Büchen hier oben zusammen. Also auf jeden Fall, der ganze Bereich auf Prokuravka hier oben wurde umgearbeitet, um es einfach dem nördlichen Team etwas einfacher zu machen. Machen wir weiter mit Klippe. Der Grund der Überarbeitung ist hier relativ einfach formuliert. The lower team has a slight advantage over the upper team. Also das heißt, das südliche Team meines Verständnisses nach hat einen leichten Vorteil gegenüber dem nördlichen Team. Das Ganze ist nochmal beschrieben. Wir schauen uns einfach mal die Punkte an, wie das Ganze hier überarbeitet werden soll. The time to get to the high ground in Zone 5. Also high ground Zone 5 is here. Also quasi diese Anfahrt hier. Was fixed for the upper team. Okay, also man kommt schneller dorthin. Klar. Balancing the effectiveness of this position with the lower team. The positions in the center of the map for both teams were also balanced. Das sind dann diese Bereiche. Ihr seht aber auch, es betrifft noch andere Bereiche. Nämlich hier die TD Position und auch hier in der Stadt. Das werden wir uns gleich im Detail anschauen. Also Punkt 1. The drive to the TD Position. Mein Gott, schwieriges Wort. For the upper team was much harder than for the lower team. Now it's become easier. Auch das ist klar. Das sehen wir hier. So sieht die Auffahrt für das nördliche Team an der TD Position aktuell aus. Und so soll es dann aussehen, wenn es überarbeitet ist. Also viel breiter, viel einfacher, viel besser anzufahren. Das ist natürlich ein großer Vorteil oder zumindest mal ein Ausgleich, weil wir wissen wirklich, das südliche Team hat es dahingehend deutlich einfacher. Punkt 2. A more directive drive from the base will allow medium tanks to get to the high ground zone faster. Also wir erinnern uns, high ground zone, Zone 5. Es wurde also jetzt von der Basis aus ein direkterer Weg ermöglicht, angeboten, dass man also in diese Zone besser reinkommt. Wir schauen uns den Bereich an. Das ist im Prinzip hier oben die Startzone vom nördlichen Team und hier kommt man aktuell nicht wirklich gut runter. So sieht das Ganze jetzt nach der Überarbeitung aus. Also es ist ein deutlicher Weg zu erkennen. Wenn wir uns auf der Minimap anschauen, muss man halt nicht unbedingt diesen langen Weg hier drüben lang fahren, sondern man kann halt hier direkter fahren. Das sieht jetzt nicht viel aus, aber das macht insgesamt vielleicht 3, 4 Meter aus und das kann schon was, das sind 2-3 Sekunden, die ja schon reichen, dass man zeitgleich mit dem südlichen Team hier ankommt. Dann ist halt die Frage, wer halt überlebt. Ganz normal. So, Punkt 3. Also überflüssiger Scheiß wurde quasi in Zone 3 entfernt to support vehicles on the move. Also, wir gucken uns das an. Hier wurde überflüssiger Scheiß entfernt, um von hier als TD vielleicht Fahrzeuge, die hier reinfahren, besser unterstützen zu können mit gegen Fahrzeuge, die hier halt aufgehen. Logisch. Punkt 4. Der Terrain in the center was changed for the upper team. You can now take a cover behind... Achso. Entschuldigung. Jetzt haben wir natürlich Punkt 3 auch übersprungen. Wir wollen uns natürlich auch Punkt 3 anschauen. Das ist Zone 3, wie sie aktuell aussieht. Und das ist Zone 3, wie sie überarbeitet wurde. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier entfernt wurde. Ah, hier hinten sehen wir, es sind Steinmauern. Und das sind jetzt normale Zäune, wo man durchgucken kann. Alles klar. Es ist ein bisschen verwirrend, dass sich hier der Sonnenstand ändert. Es wurden ein paar Bäume versetzt. Dafür wurden aber auch Bäume hier weggemacht, die man sich vorher umlegen konnte zur Tarnung hier. Ja, okay. Also, dass die Bäume jetzt hier weg sind, das finde ich ehrlich gesagt blöd, weil die könnte man sich auch mal wunderbar umlegen. Der Vorteil ist natürlich, ja, das sind die Büsche, die halt, äh Quatsch, die Zäune, die jetzt halt keine, keine richtigen Mauern mehr sind, Steinmauern. Ansonsten sehe ich jetzt hier im unteren Bereich keine weiteren Veränderungen. Okay, Punkt 3 war das. Jetzt also war es still of rubble, an den Säulebosch und Fenster zu so, ja. Okay, ist minimal, aber wenn es helfen soll, okay. Punkt 4. Der Terrain in der Center wurde für das auberste Team geändert. Du kannst jetzt die Tarnung hinter dem Terrain um die Feuer von der hohen Gäste Aber das Vehikel ist immer vulnerable, wenn es aufgericht. Okay, also in der Mitte wurde das Gebiet für das nördliche Team verbessert. Man kann jetzt besser Cover nehmen, aber wenn man hochfährt, bekommt man, kann man weiterhin Feuer vom High Ground nehmen. Also, Punkt 4. Wir gucken uns an, so sieht es aktuell aus. Ja, wow. Das ist natürlich, wenn man die Perspektive wechselt, ist das natürlich scheiße, Wargaming. Wie soll man denn hier einschätzen, was sich hier verbessert hat? Einmal mit Profis arbeiten. Das ist Punkt 4, 2. Das kann man jetzt natürlich, okay. Das ist also so, wie es jetzt aussehen soll. Ich kann nur aus dem Bild Before nicht erkennen, was sich hier jetzt ganz konkret geändert hat. Gucken wir uns mal 4, 2 an. Das ist Before und das ist After. Okay, da ist einiges hinzugefügt worden. Das lässt sich aus aus dem Bild aber nicht so richtig erkennen, muss ich sagen. Also, wir sehen auf jeden Fall, dass da viel mehr Deckung ist. Das ist ja krass. Also, okay. Ich habe auch das Gefühl, dass sie hier, ähm, dass sie hier Bilder vertauscht haben. Das sind die... Also, das ist geil. 4, 1 After und 4, 2 Before. Liebes Wargaming Team, die sind identisch. Wollt ihr uns veralbern? Also, jetzt mal ernsthaft. Was ist das für ein Schwachsinn? Die sind identisch. Aber hier sieht man auf jeden Fall, wie viel Deckung da hinzugekommen ist. Ja, deutlich. Also, das ist... Krass. Ich bin gespannt, wie sich das spielen wird. Okay. Schauen wir uns Punkt 5 an. Also, wie gesagt, die Bilder, die ich euch hier zeige, die sind mir von Wargaming zur Verfügung gestellt bekommen und die Bildernamen sind auch von Wargaming. Wenn hier also irgendwas nicht hinhaut, dann ist das nicht meine Schuld, weil ich irgendwie lapsig gearbeitet habe. Ich habe die Bilder einfach nur so genommen und in der Reihenfolge in den Browser gemacht, um uns sie anzuschauen, sondern ist das halt ein Fehler von Wargaming. Da kann ich leider nichts dafür. Ich gebe halt nur die Informationen weiter, die wir hier haben. Punkt 5 Da gucken wir uns noch mal den Bereich an. Punkt 5 Also der hier soll also jetzt ähnlich gut funktionieren wie dieser hier. Okay, dann 5.1 Before Das ist jetzt der Bereich. Ja, hier kommt man hoch und hier kann man in die Mitte schießen und das ist jetzt 5.1 Danach Leute, das ist doch ein Witz. Wie soll man denn mit diesen Bildern arbeiten? Also 5.1 und 5.2 After Die sind einfach falsch benannt, die Bilder. Ähm Okay, dann machen wir das so rum. Also Hier wurden jetzt die Steine hier entfernt oder sie wurden hinzugefügt. Das ist jetzt Ich vermute mal sie wurden hinzugefügt. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher was da Before und was da After ist. Also ich vermute mal das ist After und das ist Before. Die Bilder sind falsch benannt. Okay, dann gucken wir uns mal die Bilder an. Wargaming ernsthaft? Das ist scheiße. So kann man doch nicht arbeiten. Also einigen wir uns einfach da drauf. Gibt es von dem Bereich? Nö. Nö. Also ich vermute mal dass der Bereich hier verändert wurde. Dass das schon After ist. Ich glaube das ist hier deutlich erhöht. Ich glaube ansonsten ist das hier nicht so hoch dass man einfach besser gegen die TDs kämpfen kann. The high ground zone for firing at the center the path and for playing against the D was reworked. Now this position will as valuable okay. gehen wir mal davon aus dass das jetzt hier glaube ich hinzugefügt wurde dass man hier bessere Deckung gegen die TDs hinten auf der Position hat und es ist wunderbar mit den Bildern von Wargaming funktioniert super. Punkt 6 The terrain in the center was slightly reworked for the lower team. Now there will be more vulnerable to fire from the high ground as they drive towards the bushes. Also the bushes in the center were moved closer towards the lower team to balance the position. The terrain was raised and cover was added on the path to the lighthouse for the lower team. This location will allow for fighting enemies positioned on the high ground. Das müssen wir uns angucken. Das ist jetzt zu kompliziert das hier im Text irgendwie zu verstehen. Also Punkt 6 dieser Bereich diese Auffahrt hier und der Bereich wurde also verändert. Ich hoffe hier passen die Bilder jetzt besser zusammen. Das ist Before und das ist After. Was ist da jetzt verändert worden? Hier ist eine Delle hinzugefügt worden. Was steht nochmal im Text? Okay die Büsche wurden auch verändert. Ach genau hier sehen wir es die Büsche wurden ein Stück verlegt. Hier ist ein Baum die Büsche hier werden verlegt ein Stück weiter zum Team hin also ein bisschen mehr in die Mitte. Das macht es aber von beiden Seiten auch einfacher diese Büsche als Tarnung zu benutzen. So haben wir noch was an die Bodendelle und hier ist ein Baum entfernt worden. Ich glaube das ist nicht so relevant. Okay hier haben wir 6.2 das ist Before und das ist After. Also man ihr seht schon hier ist eine Delle hingebaut worden. Dafür ist hier die Wand ein bisschen mehr rein. Also man kann jetzt eigentlich nicht mehr hier so stehen. Das geht jetzt nicht mehr. Aber man kann jetzt hier besser Hold Down spielen. Und ansonsten wie gesagt die Buschreihe die verlegt worden ist. Jetzt 6.3 ist die Auffahrt. So sieht sie jetzt aktuell aus. Ah und die Auffahrt hat hier eine Deckung bekommen. Dass man hier quasi nochmal eine Deckung hat. Einerseits wenn man hochfährt und wenn man hier vielleicht verteidigt dass man hier nicht gleich rausgeschossen werden kann. Alles klar. Ja das ist okay. Dann Punkt 7 für Klippe. Der Klippe wurde in eine mehr konvenient Befassungsposition die kann beitragen werden wenn das Team von hohen oder von dem Zentrum Diese Position ist analog Logos to the corresponding of the opposing Team Okay schauen wir uns an Punkt 7 Das wir gucken erst mal auf die Karte welcher Bereich genau gemeint ist Ah hier also dieser Bereich hier für das südliche Team hier hier hinten links ist die Basis hier geht es rechts zum Hill und das ist diese Klippe und so sieht es aktuell aus und so haben sie das jetzt umgearbeitet es ist ein bisschen mehr Platz hier wenn ich das richtig sehe ja es ist einfach ein bisschen mehr Platz also der Stein ist quasi ein bisschen breiter geworden und damit hat man hier jetzt ein bisschen mehr Platz ähnlich wie halt für das nördliche Team Punkt 8 Der Terrain was raised a bit for the lower Team Okay Bereich 8 was raised also ein bisschen angehoben für das südliche Team also in dem Bereich gucken wir uns an 8.1 before das ist der Bereich das ist übrigens der Stein der auch gerade überarbeitet wurde hier sehen wir jetzt auch die im hinteren Bereich wie hier die Auffahrt verändert wurde und hier wurde das ein bisschen angehoben ja okay was das jetzt konkret für einen Vorteil bringen soll die kleinen Bodenwellen sind halt hier raus das wird ein bisschen im Prinzip ist dann nur einmal mit einem Glättenwerkzeug jemand rüber gegangen interessanter ist eher den Bereich hier hinten zu sehen wie der sich verändert hat der Bogen hier ist zum Beispiel auch ein bisschen anders so 8.2 so sieht es so sieht es jetzt aus ja und jetzt haben sie wieder zweimal das gleiche Bild drin hier so ach ne Quatsch hier ist 8.2 Entschuldigung ach das mit den Bildern also so sieht es jetzt aus und so sieht es jetzt aus ihr seht schon der Hügel hier links diese Klippe ist ein bisschen auslaufender hier sind auch noch Büsche hinzugefügt worden das sieht man sieht man das hier hier sieht man das gar nicht hier ist nämlich noch ein Busch versteckt so wie das aussieht also zumindestens wirkt das hier ob da noch ein Busch so wäre und das Ganze ist halt ein bisschen angehoben und wie gesagt mit dem Klettenwerkzeug drüber gegangen das sind die Änderungen zur Klippe ziemlich umfangreich aber die Details sind ganz interessant die TD-Position ist besser hier die Mitte ist verändert worden für beide Seiten ich bin vor allem gespannt wie sich Punkt 4 spielt Punkt 3 keine Ahnung Punkt 2 ist auf jeden Fall noch eine Verbesserung und Punkt 5 natürlich weiter geht es mit Ruinenberg also das südliche Team hat hier einen Vorteil auf Ruinenberg also sie wollen halt testen um das nördliche Team ein bisschen besser zu unterstützen halt mit Änderungen however we want to preserve the usual battle pattern and not make it absolutely symmetrical also sie wollen die Karte nicht symmetrisch umbauen also wir wissen ja dass diese Zentralstraße die in die Stadt reinführt die ist halt nicht gerade sondern die hat einen Knick und das will Wargaming aber scheinbar nicht anfassen all changes generally affect the city also es geht nicht um den Außenbereich und wenn ich das richtig verstehe wird auch nicht diese Straße diese Sternstraße die da reinführt in irgendeiner Form angefasst zumindest nicht was ihren Winkel angeht äh angeht A residential area was opened to create additional diversity in the streets paths and positions for SPGs of the upper team they are similarly positions in open residential areas for the lower team thanks to that additional playing spaces appeared and the outdated dead end disappeared from the upper left corner of the map also wir denken nochmal dran das südliche Team hat einen Vorteil dann gucken wir doch mal rein also wir gucken uns das also an Punkt 1 hier oben dieses dead end soll also umgangen werden und dieser Bereich wird quasi geöffnet das ist dieser Bereich hier ist der Startbereich vom nördlichen Team und es geht um diesen Bereich und so soll es jetzt aussehen also man kann hier hinten noch lang fahren und man kann dann hier lang fahren das ist wirklich für Artis ist das sehr sehr angenehm der Weg wird deutlich kürzer als wenn man erst hier unten lang fährt ähm macht es ein bisschen angenehmer und öffnet auf jeden Fall auch Arti Positionen für das nördliche Team zweiter Punkt Damage Damage Building mit Firing Points similar to the one of near the bottom base also auch das nördliche Team bekommt hier einen weiteren Vorteil nämlich hier ähm ja im Grunde die gleiche Position wie wir auch hier im Süden kennen also hier dann gucken wir uns das mal an also das ist so wie es jetzt aussieht hier haben wir übrigens die gegenüberliegende Position und so ist es jetzt aufgebaut oder so soll es dann aufgebaut sein ähm ziemlich symmetrisch und wir sehen auch gleich noch eine zweite Änderung nämlich hier ähm in dieser Kirche ich denke mal da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen muss ich aber sagen direkt wo ich das sehe finde ich unrealistisch das ist ein durchgehendes Gebäude und so sollte es eigentlich auch bleiben ja ich weiß World of Tanks hat nichts mit Realismus zu tun aber wenn wir jetzt schon anfangen hier Gebäude durchzuschneiden was überhaupt was das macht architektonisch keinen Sinn ähm dann können wir auch gleich Fortnite spielen Entschuldigung so also Punkt 3 instead of the central temple building there is an additional Passage with positions for the upper team it creates new opportunities for the defending team to hold off advancing enemies of the square for fight against more distant positions the usual bottleneck at the square for the lower team was not removed okay also wir gucken uns das an Punkt 3 ist dann also hier der bottleneck von dem sie sprechen ist das hier hier kann man nämlich nur mit einem Panzer durchfahren hier den Bereich wie gesagt wir haben es gerade schon gesehen deutlich vergrößert so sieht es jetzt aus ja ein ganz normales Kirchengebäude und jetzt halt so durchgängig hier sind noch Platzhaltergrafiken die können wir einfach mal übersehen das können wir ignorieren man kann also auch nur von hinten ran fahren oder aus der von dem äußeren Bereich aber es macht also die Sinnhaftigkeit des Gebäudes geht damit in meinen Augen verloren ich weiß ich rege mich da jetzt über ein kleines Detail auf was im Grunde völlig wurscht ist aber ich finde es trotzdem komisch also die Gebäude sollten wenigstens so sinnhaft aufgebaut sein und das das ist doch architektonisch irgendwie naja okay ich habe es gesagt ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben wie ihr das seht Punkt Nummer 4 added mounts near the building edges on these spots the first mount at point 4 may be used by players of both the upper and the lower teams also Dinge wo man reinfahren kann also so Ecken oder wie Punkt 4 wir gucken uns das an Punkt 4 Punkt 4 ah hier und hier okay und so sieht es jetzt aus und so ah also diese Schutthaufen von denen reden sie okay das macht es wieder ein bisschen einfacher an der Ecke mit einem starken TD zu kämpfen also ich denke hier zum Beispiel an T28 oder so hier sehen wir auch die hinteren Bereiche also das ist natürlich interessant und hier natürlich auch und ja klar kann halt von beiden Teams genutzt werden aber auch das hier ist um den Bereiche zu bewirken deutlich angenehmer und dadurch besser geworden also gerade wenn man sich hier verteidigen will ist das eigentlich ganz gut macht es natürlich auch ein bisschen schwerer denn wenn jetzt hier ein Gegner steht er kann das natürlich genauso gut von der anderen Seite nutzen das heißt man muss sich immer komplett man muss immer komplett rausfahren aber ich finde es eher ein Vorteil als einen Nachteil gut Punkt 5 äh the contour of the residential area was corrected to make it more ledged ähm in the on the side this allows more positions to be taken by nearby ok das ist dann Punkt 5 den gucken wir uns an das ist also diese diese lange dieser lange Bereich hier und so sieht er aktuell aus man hat im Grunde nur diese zwei Bereiche wo man reinfahren kann oder erst wieder hier hinten oder halt versuchen kann so ein bisschen hier diesen Schutthaufen zu nutzen und so soll es jetzt halt überarbeitet werden wir sehen also die Bereiche hier werden ein bisschen huch Entschuldigung ein bisschen vergrößert so wie es aussieht wir bekommen einen weiteren Bereich hier wo man sich hin zurückziehen kann der wird eröffnet hier wird ein Schutthaufen so ein bisschen vorgezogen und hier auch noch mal die Ecke hier hinten wird ein bisschen aufgeräumt von Schutt man kann sich also besser da reinstellen auch nicht schlecht Falsche Grafik das gucken wir uns nachher an Punkt Nummer 6 A position was added to shoot at the passage oder passage of the lower team ok müssen wir uns genau angucken wo das geaddet wurde Punkt 6 ah ist hier ok alles klar so sieht das aktuell aus das ist das ok ja alles klar man kommt also hier von Norden ah man hat hier eine bessere Deckung man kann also besser hier reinfahren und hier dieses Querfeuer auf diese Ecke oder auf diese querfahrenden Panzer geben beziehungsweise sie auch besser zurückziehen oder man muss nicht mehr ganz so weit zurückziehen um hier diese Ecke zu bewirken das ist auf jeden Fall auch besser sie haben einige Positionen hinzugefügt um dem nördlichen Team hier deutlich einen Vorteil zu geben oder mehr Vorteile oder es einfacher zu machen ich bin gespannt ob das nicht zu viele Änderungen sind bin da leicht skeptisch es sind ganz schön viele Änderungen die den Vorteil für das nördliche Team hier bringen Punkt 7 Minor Change to Obstructing Burnt Vehicle Hull was Removed der Obstructing Burnt Vehicle Hull was Removed ok das ist also Punkt 7 der ist hier unten ok das hat wohl noch mal irgendwie dazu geführt dass man die Base besser defenden kann oder dass man eventuell sich hier hinter verstecken kann wenn der Gegner hier schon steht und dass man besser die Basis verteidigen kann das wird der Grund dafür sein und das haben sie jetzt entfernt ja ganz simpel der ist einfach weg der Panzer die Frage wie effektiv diese Änderung ist wie viel sie halt bringt das sind die drei Änderungen auf jeden Fall für Prokhorovka für den Berg für Klippe in dem mittleren Bereich und für die TD Position bei der Auffahrt und für Ruinberg um das nördliche Team hier in sehr großen Bereichen ähm ja an die Leistungsfähigkeit des südlichen Teams heranzubringen da bin ich ein bisschen skeptisch bei Ruinberg ob das nicht ein bisschen viel ist aber Wargaming wird das auf dem Supertest testen und bestimmt eine komplett gebalancede Map ins Spiel bringen wir gucken uns mal die nächsten Sachen an die Panzer die noch ins Spiel in den Supertest aktuell kommen machen wir direkt weiter mit dem nächsten Panzer oder beziehungsweise mit dem Panzer einen der Panzer die jetzt auch in den Supertest gehen das Objekt 780 ein Tier 10 schwerer Panzer bei den Russen ich vermute anders wird es nicht sein es wird in irgendeiner Form ein Belohnungspanzer sein ob es jetzt zum Beispiel für eine CW Kampagne oder so ist weiß ich nicht relativ gute Penn Werte DPM ist ein bisschen schwach ich habe gleich noch eine Vergleichsliste vorbereitet die ich von Felix von dem Community Manager von Wargaming zur Verfügung gestellt bekommen habe relativ gute Genauigkeit sehr sehr gute Einzielzeit Standard Gun Depression gute Mobilität vor allen Dingen das Leistungsgewicht ist gut Top Speed ist in meinen Augen auch in Ordnung aber da gibt es bessere Panzer und eine sehr gute Panzerung am Turm an der Wanne durch die Winkelung auch wir sehen schon wie spitz die Wanne vorne zuläuft und er hat 400 Meter Sichtweite auch das ist ein sehr sehr guter Wert bevor wir uns die Bilder anschauen hier die Vergleichstabelle wie gesagt zusammengestellt vom Community Manager Felix der hier mal den IS-7 Objekt 277 und WZ-5A in eine Vergleichstabelle mit dem Objekt 780 gepackt haben wir sehen die DPM ist leicht drunter unter den dreien anderen dafür sind die PEN-Werte relativ gut also nur das 277 hat 265 also 2 Millimeter mehr auf der Standard Munition Premium auf dem 780 ist APCR das 277 hat Heat genauso wie der WZ IS-7 hat auch APCR das sind also die Werte fast identisch nur in der Standard Munition kackt der IS-7 ab Alpha 490 bei allen identisch Nachleidezeit ist halt ein bisschen schlechter dafür sind die Fluggeschwindigkeiten auf der AP und auf der APCR recht angenehm Damage Output 16.000 ist okay in meinen Augen was ihn halt stark macht finde ich ist die Einzielzeit absolut und auch die Genauigkeit also wir sehen schon nur das 277 kommt da mit ran aber die Einzielzeit ist ja hier im Vergleich mit der Beste also wirklich mit Abstand der Beste und das heißt auch wenn die Softstats auf der Kanone minimal schlechter sind als bei den anderen dreien du musst einfach nicht so lange rumstehen du kannst einfach besser snappen und du kannst halt auch auf große Distanzen musst du nicht so lange warten bis du eingezielt bist also auch da ist es dann wirklich gut spielbar denke ich und wir dürfen nicht vergessen das sind die Stockwerte wenn wir da eine entsprechende Crew mit Modulen reinpacken dann wird es auf jeden Fall richtig richtig fies Mobilität 50 vorwärts 15 rückwärts damit ist er hier in der Tabelle mit dem WZ am schlechtesten der IS7 und 277 deutlich besser aber ich finde 50 vorwärts immer noch sehr gut und wir dürfen nicht vergessen das Leistungsgewicht hier zu erwähnen 17,5 PS pro Tonne damit ist er nämlich neben dem IS7 wieder on top er kommt also relativ einfach auf diese 50 km pro Stunde Topspeed und wir sehen auch die Bodenresistenzwerte sind im Grunde identisch nur der WZ ist dort ein bisschen besser aufgestellt ähm äh Tourer Terres ist er ja es ist fast identisch also das 277 hat 2 Grad mehr pro Sekunde der WZ 1 Grad mehr das macht das Kraut nicht mega fett ähm Tank Traverse also Wannenträgeschwindigkeit auch hier ist er mit der schlechteste ne stimmt nicht IS7 ist noch ein Ticken schlechter aber die anderen beiden sind besser also er ist ein bisschen minimal behäbiger aber ähm bei der Panzerung die ist schon boah also die Winkelung der Wanne wir werden es gleich sehen die ist echt krass Hitpoints liegt da so im Mittelfeld alle 4 haben 4 Meter Sichtweite ich finde das immer noch relativ viel für ein Heavy ja also ähm wozu braucht ein Heavy 4 Meter Sichtweite wozu gibt es dann Mediums oder Lights wenn man sich im Heavy einfach eine Optik reinpackt und einfach jeden Scheiß auch selber spotten kann also okay aber das ist halt so eine Designentscheidung von Wargaming schauen wir uns mal noch ein paar Bilder an und hier wird jetzt klar was ich mit ähm der Wannenwinkelung und vor allem auch der Turmpanzerung wir dürfen nicht vergessen der Turm hat 300 Millimeter jetzt guckt euch mal bitte dieses Bild an das Ding ist im Grunde frontal nicht durchschlagbar nicht am Turm also wir wissen nicht wie hier die Kommandantenkuppel aussieht da haben wir noch kein 3D Model aber die Wanne die Winkelung guckt euch das mal an also die Unterwanne könnte eventuell ein Weakspot werden aber die Oberwanne never ever ähm never ever also was man vermutlich mit dem nicht machen darf wir sehen hier diese kleinen an diese diese Seite man darf den vermutlich nicht zu stark anwingen sondern wird das hier wird ein Weakspot sein also in der Seite wenn nur leicht die Wanne gewinkelt wird wird das hier definitiv ein Weakspot sein ihr seht das hier diese Bereiche und deswegen sollte man mit dem immer gerade zum Gegner stehen er hat auch guckt euch mal an der hat im Grunde keine Unterwanne oh Wargaming was bringt ihr da ins Spiel ich hab so meine Bedenken das Ding sieht echt fies aus ähm wenn das wieder ein CW-Panzer wird und wieder nur die Topplayer den haben alter da hast du doch gar keinen Bock gegen so ein Ding zu spielen ja klar die Seite ist flach ich vermute aber das ist alles Shotpanzerung hier das hier könnte auch Shotpanzerung sein bin ich mir nicht ganz sicher ähm wie gesagt wir haben noch kein 3D-Model ne das sieht nicht nach na doch obwohl es könnte sein dass hier die Wanne erst losgeht und dass das hier Shotpanzerung ist das könnte richtig ekelhaft werden also wenn ich den Turm sehe und die Frontwanne oh Leute 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 das wird so ein Frontalmonster wo du einfach nur gucken musst dass du vorbeikommst deswegen ist die Entscheidung vielleicht den nicht ganz so mobil zu machen was die Drehgeschwindigkeiten angeht keine schlechte das letzte Fahrzeug was ich euch heute zeigen will was jetzt auch aktuell in den Supertest geht ist die Lorraine 50 Tonner ein Tier 9 schwerer Panzer bei den Franzosen wird vermutlich ein Belohnungspanzer werden für irgendein Event wofür ist im Moment noch nicht klar die Infos die ich hier zeige sind zu diesem Panzer mehr nicht von Wargaming zur Verfügung gestellt wurden sondern die habe ich von Watt Express das ist die russische Seite die gerne mal mit Leaks rund um World of Tanks ganz gut auffährt dort habe ich auch die Bilder her deswegen hier unten auch der Quellenhinweis im Bild Watt Express wir gucken uns mal die Stats an die Stats nehme ich jetzt nicht von dem Bild was ich von Watt Express habe weil das ist auf Russisch das versteht eh keiner was damit gemeint ist sondern wir gucken uns mal auf Games Models 3D die Stats des Fahrzeugs an Tier 9 Panzer 1900 Strukturpunkte die Wandenpanzer an der Front 155 am Turm 300 Millimeter 3D Model kommt auch gleich noch Seitenpanzerung jeweils schwach Mobilität Top Speed 50 rückwärts 15 bei einem Leistungsgewicht von 19,6 PS pro Tonne typisch französisch also relativ mobil die Kanonen Alpha von 400 auch das ist glaube ich so ein bisschen typisch französisch 264 Penn auf der Standard 308 auf der Premium die Standard ist AP die Premium ist AP er hat eine Feuerrate von 4 das heißt er hat eine Nachladezeit von 15 Sekunden das ist eine DPM von 1600 ähm ja Punkten das ist nicht viel finde ich die Kanone in der Genauigkeit von 0,40 ist auch nicht wirklich geil und die Einzielzeit von 3 Sekunden ist auch relativ schwach wie ich finde ansonsten Gun Depression 10 Grad und wir gucken uns mal das 3D Model an wie weich oder halt nicht weich dieses Fahrzeug ist die Oberwanne kommt hier auf ähm ja 330 300 irgendwas die Unterwanne auf 274 je nachdem wie der Winkel jetzt aussieht ähm ja okay das ist relativ gut muss man sagen der Turm war ja mit 300 Millimeter angegeben wobei ich weiß nicht wo der hier 300 Millimeter haben soll die Gun Blender hat nominell 250 hier hat er 210 aber ihr seht schon durch den Winkel kommen hier nominelle Werte zusammen die richtig stark sind also der Turm ist richtig gut er hat auch keinen Weakspot so richtig am Turm der treffbar ist und wir sehen aber schon Seitenpanzerung ist echt schwach also der ist im Grunde nur an der Front wirklich stark wenn man den also Holddown hinstellen kann und dann irgendwie die Front zum Gegner hat dann wird es relativ heftig den zu durchschlagen gucken wir uns ein paar Bilder an ich finde den Panzer eigentlich ganz schnucklig ähm hat so einen riesigen fetten Turm aber irgendwie sieht die Hütte auch irgendwie cool aus muss ich sagen hier mal so die Details ähm mit dem MG oben drauf ja also insgesamt hier das Bild sieht schon ziemlich knackig geil aus also gefällt mir natürlich ein bisschen sehr übertrieben mit der ähm mit den Farben hier ich glaube so sieht World of Tanks wirklich nicht in echt aus das ist ein bisschen Farbsättigung glaube ich mit reingepackt aber sei es drum ähm wirklich ähm sehr sehr schick der Panzer wie ich finde die Grafiken sind ein bisschen schwammig muss man fast sagen aber insgesamt wirklich ähm ein schönes Fahrzeug für welchen Modus der kommen wird im Moment nicht klar ähm ist im Prinzip wirklich so eine Weiterentwicklung der 40 Tonne Lorraine nur halt dass es jetzt ein Heavy ist und halt ganz schön Wasserkopfturm da schöner Panzer und das soll es dann heute auch für das Infovideo gewesen sein geht ja relativ lang wenn es euch gefallen hat lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da schreibt eure Meinung zu den unterschiedlichsten Veränderungen die wir heute gesehen haben gerne in die Kommentare also die Kartenänderung das Objekt 780 was haltet ihr davon was sagt ihr zu der Lorraine 50 Tonner lasst es mich gerne wissen mein Dank geht noch raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube das sind Black Pearl, Ivendalk, Xenam, Parsifal, Kulle und Kedeu und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos macht's gut ciao ciao euer Oher